Hallo, Random Talk 6. Heute Gegendricht, Moment, so. Hier, die Schweinemaske, die ihr vielleicht schon aus einem anderen Video von mir kennt. Die habe ich tatsächlich bei meiner Großmutter gekauft. Da war ich einfach mal wieder Großmutter besuchen. Die wohnt in der Nähe von Oldenburg irgendwo, also relativ weit weg von mir. Und da ich nicht mehr so viele Ferien habe wie in der Schulzeit und ich die nicht mehr so oft sehe, dachte ich, fahre ich einfach mal mit meinen Eltern dahin. Dann waren wir da und dann war zu der Zeit, glaube ich, gerade irgendwie Halloween oder irgendwas. Und es gab die irgendwie, keine Ahnung, für 6, 7 Euro oder sowas im Angebot. Und ich dachte, ey, die sieht witzig aus. Meine Oma dachte auch, die sieht witzig aus. Also ich dachte auf jeden Fall, ich kaufe die einfach. Weil wann hat man schon mal die Gelegenheit, eine witzige Schweinemaske zu machen?